Kennst du das? Dein Geist läuft unermüdlich. Du bist es gewohnt, immer zu funktionieren. Du fühlst dich rastlos, zerrissen und nur noch erschöpft. Du sehnst dich einfach nur nach Entspannung und Ruhe. Die Methode Klang des Urvertrauens lehrt dich, mit deiner inneren Heilerin in Verbindung zu kommen. Sie unterstützt dich dabei, deine innere Ruhe und Achtsamkeit wiederzuerlangen, um Vertrauen in deine weibliche, feinfühlige Intuition zu finden und deine stets dagewesene Hellfühligkeit und Hellsichtigkeit wiederzuerlangen. Das Heilen mit Klängen hat eine uralte Tradition. Sie ist in vielen Kulturen bekannt und wird auch heute in unterschiedlichen Bereichen von Therapie und Energetik eingesetzt. Ich lade dich ein, diesen Sommer mit mir zu kommen, einzutauchen in einen Raum heilsamer Frequenzen, um Tiefenentspannung und Ruhe zu erfahren.